ok krass er ja ganz schön finale auf der stadtbahn kommt jetzt schnell die medibag alle weg nehmt das verbannzeug nur wie vorhin wir beide nur medibag weil wir die vorher weg snacken warte mal warte was haben wir denn da kompakt kräftig ist auf jeden fall über die hier wieder die durchzieht von feiern denn denn der dd mal den 2 durch nicht dass du auch in einer lauf der stadt durch damit das finale findet schon gut an mit den zombies go 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 wasch 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 oder irgendwo da nein ich bin da damit wenn ich mir das mal auch nicht hier vorne nicht hier vorne nicht hier vorne hast du gemacht nein jetzt habe ich ich komme nicht drauf ich bin rechts sie ist rechts von dir was damit ach so irgendwas befüllt der tankwagen ja hier für nahrt die maschine die da steht wie die denn gefüllt keine ahnung wieder ja ich weiß aber wir hatten ich hab grad ach so ja ich sie den schlauch ach so der schloss und ist klar mhm munition wenn mit deinem überhaupt nicht wir sind nicht ich bleib links von dir ich bin hier mit irgendwo gehauen ja 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 aber so wirklich machen wir sind ja auch nicht auf der einen seite stehen bleiben wie lange nehmen wir jetzt schon auf nein hä smoker 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 hallo ja ich hab sie nicht gekriegt ich schrei ich schrei doch nicht ich hab meine frisse mein bruder kommt auch einfach hier rein oh nein hilfe ja ich lieg gerade du brauchst meine frisse ja ich bin du kannst nicht ich bin ich bin ja ich bin ja ich bin ja ich bin ja ich bin wo kommt da also nicht von dahinten da kommt er ja wo was heißt wo genau wasser zentos da so kds town ja das ist wird es unterbrochen einer ist tot wo ist der Hunter? irgendwo hinten ist mir egal wo der Hunter ist, er kommt schon dass hier keine Rohrbomben oder so ein Mist ist, oh, sorry das ist jetzt ein Zombie, der immerhin gekommen ach, hier kommen wir noch hoch ja, kommen wir noch ja, Hilfe, ich bin mitgezogen dankeschön wo ist er? ah Jockey kommt irgendwo ja, ja, ich hab's schon gesehen ah, jetzt hat er mich, der hat mich, der hat mich wo bist du denn da? hier oh, Zombies, gib mir doch mal aus dem Weg alter, wollt ihr mich verarschen? ja, genau, Jockey auch noch ich kann grad nicht, kannst du schießen? kannst du ihn weghalten? ja, kann ich außer wenn du mir im Leben stehst natürlich okay, Luis ist auch down lange dauert es denn noch also nicht wow, 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 wow 100 compression wow, 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 wow das ist bisschen blöd ohne irgendwelchen komischen Hilfe von mir die ach, Morotus oder Rohrbomben das nachladen dann kommt ja noch nicht mal noch eine meute ja alter voll von allen richtig halt da kommt schon wir müssen mehr ruma er sich lange braucht das hier noch hallo weiß das nicht das tank weg ja pass auf weg 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 ouch ouch ich fliege wieder warte ich versuche noch ja es geht tot nein nein er boxt mich weg er muss doch gleich tot sein jetzt ist er tot hilf mich hoch schnell 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 ja ich beeil mich doch was mache ich denn ich kann nicht schneller als E drücken warte fuck ey gut jetzt ist sich euer ernst jetzt halte ich mich eben noch Centos Centos, was machst du? ja auf zum Flugzeug wie denn? nach da jetzt muss ich hier ran huah schlatsch oh rein da rein nein mit den Rücken frei ich will doch mit komm rein oh scheiße yes ja wer fliegt das Ding jetzt eigentlich? Pilot welcher Pilot? der irgendwie ja genau der lasst die ganze Zeit auf dem Ding der muss könnten lassen einer musste ja auch aufmachen ah ja komisch ne? oh zu gedenken sind die beiden mal wieder verreckt ja ach du scheiße 50 Minuten neustart 1 ja wie immer ja außer gefecht achtmal oh jetzt kommen gleich wieder Nahkampfquizzen wieder auf meiner ja ja ach ja naja Buma ist doch nicht mal und jeder hat vier Smoker gekillt ja du kack ja ja splitter ach du hast am wenigsten Schaden erlebt dann komm ich mhm hat Mitch am meisten getötet oder gestört ich du störst sie immer ich hab 6 wiederbelebt verbündete boy ja Prozentzahl aller 2.000 Prozent 2.583 haben jetzt wollen bei dieser Fimposition verletzt ooooh naja ist egal und würde ich sagen dann jo Leute bis zum nächsten Mal ciao ciao Tschüss